Hallo Leute, hier spricht Farid Bang und ich kann euch eigentlich nur eins mitgeben. Haltet euch hier an die Abstandsregeln, die wir hier in der Altstadt haben, die wir generell in Düsseldorf haben. Benimmt euch. Hört auf, ihr Unfug zu machen, sonst ziehe ich euch die Ohren lang. Bleibt vernünftig. Wir haben ja viele alte Leute, die sind die Risikogruppe, die höchste Risikogruppe bei der ganzen Corona-Geschichte. Und wir sind schon fast durch mit dem Virus. Es fühlt sich so an, als wären wir fast durch mit dem Virus. Lass uns nicht auf letzter Strecke dafür sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.